ja hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren let's play erstens hier in diesem let's play müssen wir hier ein bisschen step arbeiten und ich habe diese eine mission nämlich gestartet und ja das läuft alles andere als gut im moment und von daher muss ich ein bisschen jetzt schauen bei mir funktioniert die mission einfach nicht ich weiß auch nicht die mission nervt mich auch und wir dürfen keinen töten bewusst schlagen und so weiter also auch nicht wirklich viel spaß haben so da oben ist jetzt noch einer sein keiner weiß wieso komm ja mein gott jetzt kletter doch mal hoch stell dich nicht so an junge wir können jetzt nicht rüber einfach nein wieso nicht man weiß es nicht ja ich wollte aber da hoch man leute ja natürlich lasse halt los wieso letzter los hier einfach hoch und man egal dann gehe ich hier hoch so nicht will komm her komm her ja mein gott nein scharf schätze nicht checken nicht checken nein verdammt irgendwie musste natürlich der scharf wieder checken irgendwie man weiß nicht wie aber ich probiere es ja nur zum hunderten mal oder so aber irgendwie checkt er alles ist einfach alles checker das ist einfach mein problem bei dem typen jetzt hänge ich wieder am baum und jetzt wird der scharfschütze das wieder es gibt keine möglichkeit den scharfschützen in irgendeiner art und weise auszuschalten gibt es einfach nicht es gibt es einfach nicht das ist einfach das problem ja wir dürfen keinen töten ich weiß schon ja scharfschütze hat es gecheckt wir haben es kapiert ja natürlich hat es gecheckt ich frage mich hier echt wie ich jetzt da das machen soll ich meine ich check das nicht hundertmal check das scharfschütze dann wenn er es nicht checkt dann checkt irgendein anderer und das nervt ich kann ihn ja auch nicht irgendwie klappen ja natürlich jetzt habe ich erst in den ding geworfen und jetzt haben die mich auch gecheckt ist ja klar wenn ich jetzt hier rüber gehen ja genau der checkt wieder ich habe keine ahnung wie so komm endlich mal nicht gecheckt ok jetzt kann ich den dabei umbringen also wenn man sich umdrehen würde genau gut und jetzt okay vorwärts so hoch und zwar bis der typ sich umdreht dann locken wir die hier an und danach schauen wir weiter komm komm jetzt mein gott jetzt nicht gecheckt oder gut jetzt können wir den anlocken und danach müssen wir aufpassen dass der scharfschütze umgedreht das werden wir da irgendwie den töten also werden wir in vorrücken so jetzt gerade ist er in die richtung ich weiß nicht ob es checken würde deswegen warten wir jetzt noch lieber fack mist verdammt scharfschütze jetzt gecheckt so schon mal ja okay ich weiß nämlich jetzt nicht genau wie wir uns wann wir loslaufen dürfen weil jetzt halt jetzt schaut der scharfschütze eigentlich nicht zu uns jetzt schaut er ja auch nicht zu uns jetzt könnt ihr doch eigentlich rüber so hopp 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 ja wohl wieder scharfschütze okay aufpassen aufpassen jetzt nicht noch mal versauen bitte nicht noch mal versauen bitte jetzt so sauber okay jetzt mehr problem zwei gegner kein ausweg schau mal checken die uns hier wenn wir jetzt hier hingehen na komm gut kapieren das nicht ist auch gut es war auf einmal niederschlagen geht nämlich nicht müssen schauen wie wir da weiterkommen wo ist james kitt jetzt ist das james kitt nein das ist nicht james kitt na ja was ist doch das james kitt habe ihn gefunden ja es ist das james kitt da hast du mich was rein wir sind denn etwas dran ich spüre es captain kenway wo ist der assassine duncan walpole tot und begraben nachdem er mich umbringen wollte wir betrauen seinen tod bestimmt nicht doch ihr wart es der seinen letzten betrug vollendete warum mir ging es nur ums geld soll mich das etwa besänftigen ihr tötetet unsere brüderin und schwestern in havana er hat den sinn mentor james sagte mir ihr hättet mit den templern partiert sagt er den mann dienst den weisen nennen würdet ihr sein gesicht erkennen falls ihr es wieder sieht ich schätze schon ich muss sicher sein der bus der arzt ist kein wort komm mit ok naja das war jetzt nicht geil das hat mir echt nicht gefallen erinnerung bewerten wird mir gar nicht also es hat mir jetzt echt nicht gefallen echt nicht ich weiß nicht stealth passt dazu echt nicht also es ist nicht erstes in street style du hast mich heimtückisch in diese lage gebracht was um alles in der welt war das für ein witzbold ein assassiner und mein mentor dann ist das alles so eine art religion wir assassinen folgen einem credo ei doch es gebietet uns nicht was wir tun und lassen sollen nur weise zu sein oh erzähl davon das würde ich gern hören nichts ist wahr alles ist erlaubt das einzig sichere in dieser welt alles ist erlaubt das hört sich doch gut an denken was ich will und handeln wie ich will du glaubst ja 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 dass man bei einem hinterherlaufen sogar sterben kann äh ist mir un unerfahren du hast mich heimtückisch in diese lage gebracht kid was um alles in der welt war das für ein witzbold ab dabei ein assassiner und mein mentor dann ist das alles so eine art religion wir assassinen folgen einem credo ei doch es gebietet uns nicht was wir tun und lassen sollen nur weise zu sein oh erzähl davon das würde ich gern hören nichts ist wahr alles ist erlaubt das einzig sichere in dieser welt alles ist erlaubt ach so wieder gestorben ach man mich nervt das jetzt gerade mich kotzt das jetzt gerade im moment echt richtig an ich weiß nicht wieso du hast mich heimtückisch in diese lage gebracht wird die ganze zeit sterben muss die ganze zeit was um alles in der welt war das für ein witzbold ab dabei ich kann mit diesen assassinen echt nicht und mein mentor dann ist das alles so eine art religion wir assassinen folgen einem credo ei doch es gebietet uns nicht was wir tun und lassen sollen nur weise zu sein oh erzähl davon das würde ich gern hören nichts ist wahr alles ist erlaubt das einzig sichere in dieser welt alles ist erlaubt das hört sich doch gut an denken was ich will und handeln ich will ich gehe da nicht drüber tschüss tschüss und jetzt wende die blöcke da oben versuch sie zu bewegen oh jetzt wollen die auch noch logisches denken na dann gut dass ich im logischen denken gut bin na komm na komm du schaffst es junge geht doch geht doch ganz da hoch so sag ich doch logisches denken ist gut na dann endlich also wart ihr ist die die templer gejagt haben bis du kamst und alles verbockt hast haben wir sie gejagt oh nein fuck nein Mist zu voreilig zu voreilig aber ganz ehrlich ich dachte da wäre ein weg aber nein da ist kein weg und das also wart ihr ist die die templer gejagt haben bis du kamst und alles verbockt hast haben wir sie gejagt ah Gott sei Dank gibt es da weiter der Türmechanismus funktioniert nicht suchen wir einen anderen Weg folge mir Mann ja Frau obwohl es James heißt unter Wasser sollte sie auch ganz cool sein habe ich gehört das muss echt cool sein ja sie sieht auch richtig geil aus jetzt unter Wasser das fühlt mir jetzt schon besser nur dieses blöde ich denke mal das genug um dich zu verfluchen kid jo locker das geht eigentlich und hopp das muss ein sehr wertvoller Schatz sein ein Schatz richtig was immer am Ende dieses Weges wartet ist hoffentlich die Mühe wert das hängt wohl von dir ab wie das was ich dir zeigen möchte könnte dir den Kopf verdrehen ich kann nur hoffen dass du den Schock verkraftest ich komme schon zurecht was für ein Schock bitte also ein Schatz schön und gut aber Schock hm 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 schau mal schon gespannt was unser Ort ist ach auch nicht schon wieder so ein Maja krank das ist alles der große Preis den ich für deinen Mentor ansehen soll sieht nicht aus wie der Mann den sie den Beißen nennt tut mir leid hey spring nicht gleich aus dem Hemd ein Rätsel müssen wir noch lösen diese Statuen sind wie die von vorhin jedoch mit eingravierten Bildern auf dem Boden sind auch Bilder eingraviert und jetzt dann muss es eine Verbindung geben aber welche rot ist auf blau, blau ist auf Ding dann muss das da hier sein und das müssen wir jetzt runterlassen ja wow die fordern von einem etwas so wow als ob das jetzt schwer war es gibt einen Unterschied zwischen den Bildern auf den Statuen und denen auf dem Boden ach wirklich erkennst du es? ach wirklich die einen sind Raubtiere die anderen Beute welches Raubtier passt zu welcher Beute das ist die Frage warte mal ja das ist die Verbindung das Raubtier zur jeweiligen Beute ja und jetzt ich meine sollen wir das jetzt so lange drehen bis irgendetwas passiert Geh mir mal zur Hand Kenwell wo soll ich dir zur Hand gehen ja warte mal wir müssen uns das ganze ein bisschen anders anschauen also vielleicht sind diese Steine gegen Gewichte aber gegen bitte und wie sollte man dann diese bitte schön drehen oder sonst was ich frage mich da gerade echt was das soll scheiß Steine vielleicht kann man sie bewegen auf die Steine ok und jetzt ach hat die mir wieder weitergeholfen oder können wir die hier schieben wäre auch unrealistisch geht auch nicht oh man das Rätsel der Statue lösen ja wenn ich das jetzt müsste kletter auf diese Steine Kenway ich hab ne Idee auf die ach so aber jetzt verstehe ich die Idee warte mal wir haben hier grün richtig dann tun wir einfach grün hoch äh ich hab auch die Idee jetzt mein Gott ich bin auch nicht ganz schlau komm warte hier hoch na jetzt fällt's meist ein heieieiei man denkt da an sowas gar nicht genau jetzt hier grün hoch dann tun wir jetzt blau äh rot so hinschieben damit das hier ist dann tun nein 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 was soll das jetzt nicht zurückschieben mein Gott schieb wieder vor so jetzt tun wir das da hoch ich hab da schon so ne Idee jetzt so aber das gefällt mir jetzt auch nicht so dass wir hier Rätsel lösen müssen das ist ja auch nicht geil oder so das macht keinen Spaß so also mir macht das keinen Spaß jetzt tun wir einfach jetzt da runter lassen und dann haben wir schon mal grün auf grün jetzt sollen wir auf die Steine ja klettern vielleicht ja ist ja okay jetzt sei ruhig so das macht gut was hab ich gesagt ich hatte recht ich weiß dass ich recht hatte so und jetzt das nächste aufmachen naja gut dann machen wir jetzt das so und drehen so weit rechts dass wir wieder auf blau gehen so so auch nicht grad das schwerste schwerste Rätsel überhaupt also das ist eigentlich ganz leicht wenn man sich das ganz kurz überlegt aber auch nicht ganz spannend komm mir vor wie in irgendeiner Oase oder so so nein nicht weiter drehen drehe wieder zurück so stopp loslassen jetzt ist hier runter und das andere auch runter und dann sind alle Tore geöffnet und ich hoffe dann sind wir fertig hier so und blub und das allerletzte jetzt noch runter so und fertig mein Gott das ist der Weise doch dieses Ding muss hunderte von Jahren alt sein viel älter ist er es sicher? ei deine Augen verraten ihn sagten die Templer wozu sie den Weisen brauchen? sie füllten etwas von seinem Blut in ein Glasgefäß so wie dieses hier? sie wollten ihn auch wegen des Observatoriums befragen doch er entkam hm wir sind fertig hier das war dieser eine Typ ne der Weiße genau dieser eine her also ich kann wieder bewerten das ist auch wieder scheiße mir auch wieder nicht gefallen weil diese Rätsel lösen Leute das ist das mache ich nicht so naja schauen wir mal was haben das dann noch Stealth die Mission alles was zum Teufel war das dahinten? überrannt und überwältigt naja Leute wie das jetzt hier weitergeht sehen wir alles im nichts let's play also Leute bis zum nächsten Mal macht's gut tschau